Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assetter unterwegs und sollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um ein lustiges Toy, wo wir ein kleines Trade Game spielen müssen. Und zwar handelt es sich hier um das zandellarische Abbild-Amulett und mit diesem können wir ein angreifbares Ziel erstellen, das quasi ein Abbild unseres aktuellen Ziels ist. Sprich, ihr könnt irgendeinen Verbündeten im Raid anvisieren, ein Abbild von dem erstellen und ihm dann mal zeigen, was ihr von ihm haltet und ihn einfach mal umboxen. Also zumindest das Abbild könnt ihr umboxen. Um das hier zu erhalten, müsst ihr ein kleines Trade Game spielen. Und zwar seht ihr, ich habe auf der Karte hier lauter so lustige Bubbel und die habe ich dadurch bekommen, dass ich hier mir zwei Makros erstellt habe über ein Addon, das nennt sich TomTom. Da kann man sich diese Marks auf der Karte anzeigen und die müssen wir jetzt abklappern. Ihr seht schon, wir haben hier so Zahlen, eins, zwei, drei und die müssen wir nacheinander quasi ablaufen und bestimmte Items hin und herzraten. Der allererste ist hier unten und gleich mal zur Anmerkung, das ist ein Horden-Only-Toy, also ihr könnt es nur mit dem Horden-Char spielen, denn ihr müsst mit Horden-NPCs quatschen. Ja, die mögen einfach die Allianzler nicht. Heißt, es würde theoretisch auch gehen mit dem Trial-Char. So, wir fangen jetzt hier ganz unten an bei den Koordinaten 52, 89 und dort haben wir diesen NPC, Gauna heißt der und der hat auch direkt schon das Toll, das wir haben wollen, aber wir müssen so eine komische Maske uns erstmal besorgen und die bekommen wir quasi, indem wir dieses Trade Game spielen. Bei ihm kaufen wir nämlich jetzt hier mal diese Tasche mit dem abgelegten Ruhestein für 8 Gold und das ist quasi unser allererstes Item, was wir besorgen müssen. Und dieses Item müssen wir jetzt zum zweiten Mob bringen und zwar ist der hier oben und da begeben wir uns jetzt mal hin. Ach, gut, das ist der falsche Ruhestein. Ich habe glücklicherweise da oben meinen Ruhestein, also sprich kommen wir da vielleicht einen Ticken schneller hin. Und der zweite Mob, den wir haben, der ist auf den Koordinaten 34, 11 und befindet sich quasi dort in dieser komischen Händlerstraße oben. So, einmal nach oben geportet, fix meinen Elch ausgepackt und jetzt werden wir uns da mal runter begleiten. Habe ich eigentlich noch Gleiter? Ja, ich habe sogar noch Gleiter, dann sind wir vielleicht einen Ticken schneller. Ja, gut, ja doch, ein bisschen was hilft. Ja, also sprich müssen wir jetzt dahinter zu dieser netten Händlerstraße. Da haben wir nämlich den zweiten und dann dementsprechend auch den dritten Mob gleich in der Nähe. Ja, mit dem Gleiter spart man sich schon ein bisschen was hier in Daza-Aloa. So, der Loader. Und so soll es dann eigentlich von Mob zum Mob laufen. Also müsst ihr dann immer ein Item holen und einem anderen bringen und ganz am Ende sollen wir dann anscheinend die Maske kriegen und mittels der Maske, ja, ich glaube, ich muss nur ein Loch weiter. Und zwar muss ich hier hin und jetzt müssen wir mit dem zweiten Mob sprechen. Ähm, wie heißt der? Raquel müsste der heißen. Ah, das ist Raquel. Ach, das ist weiblich. Es ist weiblich. Und ihr seht schon, hier haben wir den Ruhestein und ja, quasi will den Ruhestein sie haben und gibt uns hier so eine Pfefferschote. Und die lösen wir ein. Und die Pfefferschote, die bringen wir jetzt weiter zum nächsten Mob. Und zwar zur Nummer 3, der sich da hinten befindet. Das ist auch der Mob, wo ich vorhin schon mal war. Vorhin nicht für euch, aber in einem anderen Video. Der verkauft nämlich auch ein Toy. Ihr seht, hier haben wir einen Toy, das ich aber auch schon im anderen Video-Guide gezeigt habe. Wir kaufen jetzt hier den Gold-Samen bei dem hier. Und das war quasi der dritte. Und jetzt müssen wir zur Nummer 4 weiter. Der war jetzt hier hinten, ne? Also bei 37, 14 etwa. Aber wenn ihr euch das Makro einfach holt oder einfach nach dem Video quasi spielt, dann sollte es eigentlich nicht das Problem sein. Nummer 4 ist jetzt hier unten bei den Koordinaten und 42, 35... Oh fuck, jetzt bin ich hier runtergefallen. Komme ich hier wieder hoch irgendwie? Okay. Moment. Ich komme hier hoffentlich wieder hoch, oder? Oh fuck. Ja gut. rumlaufen ist. Nein, wir machen das jetzt hier ohne Katze. Wir machen das jetzt hier in einem Aufwasch. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen. So, also den Part, den ich jetzt hier gerade laufkomme, wir nehmen die Speed-Starthöhe mit. Den solltet ihr nicht machen. Also hier runterfallen ist ziemlich dämlich. Wir müssen nämlich hier hinter. Und die Brücken haben keine ausreichenden Geländer, möchte ich mal anmerken. Also hier müsste man mal ein wenig nachjustieren bei den Trollen. Also ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, in Deutschland nach Geländern zu gucken, aber ein analoges TÜV-Siegel würden sie dafür nicht bekommen. So, also hier hinter müssen wir zu den Koordinaten 42, 35. Und zwar zu einem von den Mobs. Wahrscheinlich sie hier. Ja, genau. Jahrhundert, äh, Jahrhundertblüte. Die, genau das brauchen wir. Die für den Goldsamen. Diese Blüte müssen wir kaufen. Und jetzt müssen wir zum nächsten Mob. Und zwar zu 5 hier unten. Ja, wahrscheinlich wäre es, warte mal, ist es glaube ich schneller, wenn ich die Pfeife benutze und dann runterfliege mit meiner Blüte. Und zwar müssen wir jetzt hier hin, zu dem fünften Mob, dann zum sechsten und dann wieder zum ursprünglichen zurück, den ihr am Anfang schon gesehen hattet. Um dann unser Item einzutauschen, wo haben wir den Flugtypen hier einmal nach unten. Ich muss sagen, ich finde das mal eine lustige Idee, dass man so ein bisschen was nebenbei basteln muss, wenn man jetzt quasi nur unten den Händler findet und das Item sieht und man quasi mitbekommt, okay, man braucht eine bestimmte Ressource, um es einzutauschen, dann ist es sicher ziemlich knifflig rauszufinden, welcher Mob einem die Ressource gibt und dann wieder festzustellen, scheiße, ich brauche wieder ein anderes Item und dann muss man quasi das Pferd von hinten aufzäumen. Oh, ich habe jetzt meinen Addon hier weggezogen, um quasi rauszufinden, wer was wo zu traden hat. Das ist, denke ich mal, eine schicke Sache. Um das rauszufinden, wird es wahrscheinlich eine Weile dauern. Deswegen, wie gesagt, hier der kleine Guide. Ich habe mich ja auch da erstmal nur ein bisschen eingelesen. So, jetzt hier nach unten einmal müssen wir unsere Blüte abgeben. Nock müsste der heißen. Das müsste einer von denen sein. Mal gucken. Ne, der ist es nicht. Ah, da haben wir Nock. Genau, da müssen wir den Nachtelfenkopf uns besorgen. Den haben wir. Wir haben ja echt einen Nachtelfenkopf gekauft. Ich dachte, die Tortolaner sind neutral. Ein konservierter Nachtelfenkopf. Interessant. Ja, ja. Mit einem Alicar trete ich den Tortolanern jetzt skeptisch gegenüber. Vor allem mein Alicar ist Nachtelf. Also, hm. Gut. Jetzt zum nächsten Mob. Der müsste irgendwo hier sein. Ach, das ist das Kind, oder? Ah, das Kind will mal Nachtelfenkopf haben und hat dafür die Maske vom Rastakhan. Naja, gut. Es ist eine gefälschte Maske, ja. Aber es ist zumindest eine Maske vom Rastakhan. Und die können wir jetzt quasi... Ach, schau mal an. Die kannst du sogar mal Hafer ticken. Hm. Vielleicht kriegst du irgendeinen Idioten, der diese Items hier quasi im Haar kauft, weil er direkt das Toy haben will. Das ist interessant. Ah, okay. Interessant. Gut, und jetzt können wir quasi unser Toy kaufen. Und, ähm, wir lernen das jetzt mal. Jetzt suchen wir uns irgend so einen Hans Wurscht raus. Der wird jetzt wahrscheinlich gleich... Ich suche mir unten einen raus, der still steht, dass ich das mal ausprobieren kann. Dann zeige ich euch, was das nette Toy kann. Äh, jetzt muss ich natürlich Gelernte hier anklicken. Sonst, äh, ist es natürlich weg. Ja, ich nehme den hier, oder? Die, die Nacht... Äh, Nachtelfenkopf habe ich jetzt schon fast gesagt. Äh, Abbild Amulett. Genau. Gehen wir mal nach vom Mount. Nein, bleibt doch stehen. Okay, dann, dann nehme ich mir den Org hier. Ach, okay, das castet er ewig. Ich muss mir einen, einen suchen, der hier irgendwie still steht und der cool aussieht. Also, die Reitgestalt, die kann ich ja selber. Wir nehmen den DK. Der macht was her, oder? Hier, so Standard-DK-Ding. Also, ihr seht, das, das wird hier ein bisschen gecastet. Ja, und jetzt? Ah, da ist das Abbild. Aha. Das war genau in mir drin. Das kann ich jetzt anklicken. Oh. Okay, ich habe mir jetzt gezeigt, was ich von ihm halte und habe ihn verbrannt. Ja, gut. Ist auf jeden Fall ein lustiges Toy. Jetzt schauen wir mal nach, was er so an Abklingzeit hat. Oh, eine Viertelstunde. Das ist happig. Also, man kann nur jede Viertelstunde quasi einem anderen zeigen, was man von ihm hält. Dennoch ein lustiges Toy. Vor allem auch ein lustiges Trade-Game. Ja, mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Euer Celaha. Bis zum nächsten Mal. Ciao.